ja ladies and gentlemen herz willkommen zurück zu einer weiteren folge meines letzten plays von ghost weekend breakpoint danke dass ihr wieder eingeschaltet habt wir sind leider der letzte folge den fehler gemacht wir wollen das gefängnis stoppt und habt eine drohne direkt ausgeschaltet das hat natürlich ein bisschen alarm ausgelöst jetzt kommt natürlich da die verstärkung und gar nicht da kommt das nächste auto okay jetzt bin ich entdeckt worden oder jetzt bin ich entdeckt worden ich meine sollen sie alle nach und nach hier runter kommen ich habe damit kein problem vielleicht sind das die outcasts sie befreien ihre leute es ist natürlich das mörser ding da auf mich aufmerksam geworden nehme ich euch gerade so gut wie viele da oben sind nehme ich euch gerade so ein bisschen die spielzeuge weg jungs machen ja ich weiß nicht wie ich da aufkomme das sind da viele greift einmal das mit diesem greifen funktioniert manchmal überhaupt nicht sagt mir alles darüber was ich wissen sollte los mehr weiß ich einfach nicht bitte tu mir nichts ja es tut mir leid für dich wollte ich ja leben lassen der kollegen hatten wohl was anderes vor keine ahnung ist da konnte ich hoffen ja da könnte ich hoffen sehr gut leck leck nein 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 Ah, das Spiel. Was, er deckt mich jetzt gerade? Da oben. Deiner Kopfball. Dann lassen wir die Spiele beginnen. Kommt ihr jetzt noch, oder? Ich glaube, ich bin jetzt da. Ich bin jetzt da. Süßes oder saures? Ich bin so ein Killer, ey. Ich dich aber auch. Hübsches Gefängnis, muss ich mal sagen. Das ist der Plan, mein Freund. Äh, meine Waffe hat keine Munition mehr. Ich geh in den Arsch. Ernsthaft, dass meine Waffe keine Munition mehr hat? Ihr wollt mich da alle verarschen. Geht nicht aber auch gut. Ah, jetzt hätte ich wieder nur den Zug. Das ist doch nicht vorbei. Aber so schnell geht's. Oh. Ah! Ah! Wer weg ist, der Feind. Geht doch mal! Ich weiß nicht, was sein Plan jetzt war, aber... Geht doch mal! Herzlich willkommen! Wobei! Mörser! Daneben! Gibt es noch mehr? Gibt es noch mehr? Mache er das. Komm mal hoch hoch. Bist du Mäuschen? Lass keinen ablehnen! Okay! Back here! Ich muss eine Deckung! Was ist denn? Bin ich blind? Ist er da oben noch? Der ist da oben wahrscheinlich, oder? Natürlich bin ich blind. Ich bin blind. Wenn das... Ich bin blind. Ich bin blind. Ich bin blind. Ihr geht blind. Ich bin blind. Ich bin blind! Und in der Luft hat denn die Kerne? Sieht aus, als wäre man... Okay, ich habe die Shotguns die ganze Zeit ein bisschen unterschätzt, muss ich sagen. Dieses Piepen von den Türen. Der eine Typ, der da draußen noch rumrennt auf dem Dach, der ist ein bisschen hart nervig. Die ist in allem, aha, kommst du da vom Level höher, sonst ist die eigentlich schlechter. Die ist unter Reichweite ein bisschen schlechter. Aber wir behalten mal die Shotgun hier im geschlossenen Raum, also noch zwei Gegner. Wo ist denn, wo ist denn mein... Ach, was ist denn da passiert? Alter, was geht denn hier ab? Ah, noch eine Etage höher müssen wir. Sieht so aus, als ob hier jemand echt Spaß gehabt hat. Also wie lange brauche ich eigentlich, um ganz zu verschwinden? Bist du schon melden? Wirst du schon melden. vom läppel her keine ahnung was du da unten machst aber es wäre klar gerade komm rein hier mann ist es ja echt schön es ist auch echt schwierig in der tür reinzugehen kennen sie paula madera die drohnen ingenieurin was sagten sie sie baut drohnen wie die die über die ganze insel fliegen und leute umbringen egal was sie gehört haben sie arbeitet bestimmt nicht für sentinel sie gehört zu uns sie ist mutig wie eine löwe und sie ist eine outcast warum hat sie dann überhaupt drohnen gebaut wer sind sie eigentlich ganz ruhig ich bin ein freund ich war in einem der abgestürzten helikopter gehen wir in einen sicheren ort dann können wir reden wir können auch hier reden mein freund die aus dem teufel machen sie am technisch fortschrittlichsten ort der welt wenn sie technologie nicht ich habe nichts gegen technik man ich habe nur was gegen transhumanismus wenn jemand zu mehr als einem menschen wird richtig zu etwas anderem als einem menschen unser motto oder eines unserer mottos ist denkt an die neandertaler und moderne menschen hatten gemeinsam vorfahren aber der moderne mensch hat die neandertaler ausgerottet oder zumindest dazu beigetragen vorerst denke ich nur über andere menschen nach die mich ausrotten wollen das ist noch eine etage tiefer sehr seltsames gefängnis ja gut ich meine was werden hier für verbrecher eininhaftiert falsch parke vielleicht drei kilometer dahin aber schädlich koop könnte man mit dem ding hier cool spaß haben ist ein bisschen schreck kenne ich das teil Tor 07 Krass, ist denn das für eine Anlage hier? Was ist da links los? Da brennt irgendwas. Das ist nur ein normales B-Bag. In der Mitte ist das hier so eine Stromleitung oder was? Das ist echt seltsam. Hier ist ein Damm, mit dem Strom produziert werden kann. Jskeldum. Ernsthaft? Der Damm hat sich selber benannt. Nein, 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 nein. Nein, wir stützen ab, wir stützen ab. Das war dämlich, das war dämlich. Glück gehabt. Ja, dezent Schwein gehabt. Das soll ein sicherer Ort sein, hier sind nur Gegner drum herum. Naja, jedem, der es ihm gefällt. Richtig, sorry. Bisschen kalt. Muss seine Decke rumlegen. Mit einem Mömschen. Und er hier auch, weil er klettert dann nämlich nicht drüber. So, dann treten wir mal hier in dieser vollsicheren Lichtung. Wald. In diesem vollsicheren Wald. So, lösen. Total schwierig. Also wissen wir, wo sie ist. Ich nehme an, sie ist Sentinels Joker für das Killertronenprogramm. Dreckskerle. Sie holen sie da raus, ja? Ist mir egal, um welchen Preis. Bleiben Sie locker. Ich mach das schon. Für 2,50? Mach ich's. Einweis. Ähm, bub, bub, bub. Dumm, eins ist abgeschlossen. Sie haben Aufklärung mit den Standorten erhalten. Und du? Ich muss eigentlich selber wieder Rätsel lösen. Also einmal klicken. Oder auch nicht. Sie ist im Sperrgebiet 1. Wo ist dein Sperrgebiet 1? Da. Und da ist Sperrgebiet 1. Äh. Drohnenaren. In Drohnenaren können Sie seltene Beute. Es ist ein Arena-Modus. Ist auch drin. Cool. Ich mein, wir sind jetzt schon Level 100. Ich hab schon Leute mit 250 gesehen. Guckt nicht so böse. Ist mal lieber was. Und der Hubschauer müsste ja dann... ...irgendwo hier bei mir gespawnt sein. Ich hab das schon mal gemacht gehabt. Da ist er in der Nähe gespawnt. Aber das war jetzt genau das, wie ich es gemacht hatte. Äh, ja, da ist er. ... ... Das war's für heute. 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 da müssen wir gar nicht lang da steht zivilisten wir müssen hier irgendwo zivilisten suchen die die informationen haben wir räumen ja trotzdem mal noch fertig auf gibt alles euer leben jetzt müsste doch die zentrale eigentlich mal nachfragen wie es da so läuft und kriegen sie keine antwort von ihren leuten weil ich sie alle getötet habe da müssten sie mehr schicken wenn man auffällt irgendwas ist da nicht in ordnung aber nix passiert ich suche eine wissenschaftlerin namens paula madera haben sie eine ahnung wo ich sie finden könnte ich lüge nicht das weiß ich zu schätzen nein danke dafür werde ich dich auch nicht töten ich verspreche es dir da kann ich das nicht auswählen endlich mal eine ordentliche weste die war ja echt hier noch und diese ich bin begeistert ich bin begeistert ist mein ex das ist mein ex das ist und gleich noch der level 101 so kann man hier noch mal wieder eine neue zeit mörder waffe so 101 habe ich ja gesagt das soll es noch in der folge werden wie weit ist es denn was ich habe irgendwie so echt gefühlt dass die gegner gerade ein bisschen dumm werden entweder bin ich vom level einfach ein bisschen jetzt mittlerweile so gut für die oder die sind echt einfach nur dumm der es gewesen ich weiss nicht wie sie heißen diese leucht dinger hat er ist erschöpft Der Elite-Soldat ist erschöpft. Es lohnt sich mal so die Low-Bobs mitzunehmen, weil die Tropfen ja auch immer wieder Loot. Wie ihr seht. In dem Fall hat es jetzt nicht gelohnt. Die Weste hatten wir schon. Also beziehungsweise den Level. Okay, jetzt wird es interessant. Da kommt eine Drohne in der Luft. Das heißt, es könnten gleich... Es kommen gleich Wolves. Okay, jetzt geht es los. Okay, jetzt geht es los. Okay, jetzt geht es los. Wunderbar, es ist wirklich übel. Das sind ja die richtigen Wolves. Andere sind ja nur Low-Bobs-Soldaten. Ich bin eigentlich noch hier. Ich suche nur einen Weg zu euch rein. Ich bin eigentlich genau auf dem Weg zu euch. Und ich habe keine Munition mehr. Ganzhaft. Und ich habe keine Munition mehr. Ich bin komplett out of ammo mit beiden Waffen. Ein MG, das nutzt immer nichts. ich habe eben noch die große fresse gehabt ich habe eben noch die große fresse gehabt dass es einfach so leicht blablabla ist zitronen da sind auch noch zwei mit leben aus geht ganz gut die lektion ja gut dass ich diese verletzungsresistenz drin habe ach ne drohne so jetzt dürfte ich aber wieder ein bisschen munition aufgenommen haben da was geht denn hier ab ich bin ich froh dass hallo alter schwede das ist ja hier richtig heftig eskaliert nein nein abbrechen 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 macht aber schneller wo ist der langsam was so was angeht meine großfähigkeit die sitze ich auch überhaupt nicht ein das ist das ist Hallo, wieso gehst du da hoch? Und beim Looten getötet, muss er auch erstmal hinkriegen. Eieiei. Da steht man einfach auf einmal da, ohne Munition, ohne alles, das ist, äh, ein bisschen tricky. Gehe. Ausrüstung. Cyber Death. Okay. Ich muss doch gleich mal Feierabend machen. Oh, 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 oh. Ist ein Heavy irgendwo? Ach, auch die Heavys sind nicht mehr das, was sie mal waren. Auch die Heavys sind nicht mehr das, was sie mal waren. Sack, Kitten-Typen gehen mir so hart auf den Pisser. Das klappt dir gar nicht. So, wie komme ich denn rüber in das Haus? Gibt es denn Durchgang oder wie es aussieht? Vielleicht ja. Okay, das war, glaube ich, der Raketen-Typ. Oh, der Rocketman. Aber es ist nur eine Vermutung. So, wenn wir mit der jetzt mal gequatscht haben, dann machen wir nämlich mal Feierabend. Oh, naht auf. Oh, hier Entdeckung. Kiste, 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 Kiste ist hier. Also, wir werden uns noch die anderen Kisten da holen. Oh, ja, wir können endlich MK2 machen. Ich bin so begeistert, du warst das. Ich bin so aufgeregt, dass ich schon nicht mehr weiß, wie es geht. Vier Fertigkeitspunkte, also erwerben. Das heißt, wir können unsere Waffen jetzt auf MK3. Das ist so noch mörderischer. Aufpassen, was ist immer der Mühle. Ich mache einfach mal ein paar Sachen mal kaputt, die ich nicht mehr brauche. So, dieses Ding werde ich auf jeden Fall hier, also das werde ich auf jeden Fall behalten. Das hat mir schon den Arsch gerettet. So. Hier noch was? Nee. Hallo Mäuschen, wir müssen gleich mal reden miteinander. Oh, da sind noch zwei Kisten und noch so viel Informationen, um es drum herum. Wer zum Henker sind Sie? Mein Name ist Nomad. Der Weihnachtsmann. Sie haben Drohnen für Walker und Stone gebaut? Ich wurde verhaftet, weil ich protestiert habe. Sie haben mich gezwungen. Kriegsgerät herstellen steht sonst nicht auf meiner To-Do-Liste. Viele Leute waren nicht sicher, was mit ihnen passiert ist. Gehen wir, sonst bekommen wir hier Ärger. Wie haben Sie mich? Daigeru Ito. Stone sagte, alle Outcasts wären tot. Nicht alle. Was wissen Sie über Stone? Wie sollte ich irgendwas wissen? Er schien Coworker ziemlich gut zu kennen. Sie waren allerbeste Feinde, wenn Sie wissen, was ich meine. Ja, ich glaube schon. Flashback. Ich kann echt nicht sagen, was ich lieber habe. Die Arschkälte in diesem Dreckslauch, die Scheiße und Feuchtigkeit in Bolivien. Für mich Bolivien, auf jeden Fall. Weißt du, ich habe diesen Kumpel Stone vom GGS. Er hat jetzt einen eigenen Laden und nimmt Aufträge in Mexiko an. Er sagt, das Wetter da unten ist prima und die Frauen sind liebevoll. Was bedeutet GGS? Gegenschlag-Teams. Das ist streng geheimer Militärscheiß. Das ist eigentlich nicht streng geheimer Militärscheiß. Nicht wie ich und Stone und die beiden Typen in seinem Team. Sekunde. Drei Ziele kommen aus dem Gebäude. Zwölf Uhr. Sie haben Gewehre. Bereit. Drei, zwei, fünf Meter. Bestätige drei, zwei, fünf. Ruhig halten. Abschicken. Ja, Jungs. Nicht in Deckung gehen. Ziele erledigt. Ich halte nichts von Auftragsarbeit. Wir reden nochmal, wenn du zwei Töchter hast, die aufs College wollen. Sieh dir das an. Einer von den Typen wendet sich noch. Elend zieht Gesellschaft an. Da ist noch so ein Arsch, der lehnt sich aus der Tür und will ihm helfen. Ruhig halten. Abschicken. Oh, man hat sich eingenäßt. Das ist viel erledigt. Ja, keine Ahnung wegen Mexiko. Ich und Stone, wir haben uns nie richtig gut verstanden. Hey, hast du gerade durch die Hose geatmet? Wie läuft's? Ach, ziemlich ruhig. Weck mich auf, wenn irgendwas los ist. Keine Pistole im Holz da. Ei, 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 ei. Wenn wir den übrigens besiegen, kriegt man die Waffe von ihm. Und die würde ich unbedingt haben. Von Stone habe ich schon vor einiger Zeit gehört. Scheiße. Gehören Sie zu Walkers Leuten? Zu seinen Wolves? Nein. Wir sind Ghost. Wenn Sie verschwinden, wir erst mal, dann können wir reden. Ich verlasse die Fabrik nicht, solange sie funktioniert. Stone ist auch ohne tödliche Drohnen schon schlimm genug. Irgendeine Idee? Ich habe hier Monate, 15 Stunden pro Tag gearbeitet. Ich habe oft drüber nachgedacht, das Gebäude in die Luft zu sprengen. Ich war darauf vorbereitet. Ich habe einen Störsender gebaut, der die Akkus überlädt, falls sie in die falschen Hände geraten. Sie müssen nur dieses Gerät anbringen. Ich habe es so programmiert, dass sie implodieren, sobald sie außer Reichweite sind. Dann kann ich mich noch schön entspannt die Kisten looten. Gut, meine Lieben, wie gesagt, das machen wir nicht mehr heute, weil die Folge ist echt schon eine Dreiviertelstunde oder so. Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt es in die Kommentare, gebt einen Daumen nach oben und ich hoffe, wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.